Innerhalb der Orbis Smart Factory setzen wir stets auf das Zusammenspiel von Produktion und Intralogistik. So können die Prozesse der Intralogistik an die Funktionalitäten des Orbis Manufacturing Execution Systems, kurz MES, angebunden werden. Zur Digitalisierung der Produktion ist Orbis MES die vollständig in SAP integrierte Lösung zur Orchestrierung und Automatisierung der Prozesse zwischen Shopfloor, MES und SAP System. Orbis MES ist modular aufgebaut und beinhaltet Funktionalitäten für verschiedene Bereiche in der Produktion. Unsere Lösung bildet den zentralen Baustein für eine nahtlose Verknüpfung und Synchronisierung der Daten und Prozesse aus dem Shopfloor mit den SAP-Prozessen. Orbis MES grenzt sich durch einige besondere Funktionalitäten von anderen MES-Systemen ab. Mit dem Orbis MES setzen wir nicht nur auf die Digitalisierung der Produktion, sondern auf ein optimales Zusammenspiel aller Beteiligten auf dem Shopfloor. Das bedeutet, dass wir neben den BDE und MDE-Prozessen auch die Prozesse der Intralogistik nahtlos mit integrieren. Eine weitere Besonderheit weist die vollständige SAP-Integration auf. Wir erweitern den SAP-Standard nur dort, wo dieser nicht ausreichend bzw. vorhanden ist. Hier nutzen wir Funktionen unserer eigenen MES-Lösung. Die Datenreplizierung in Echtzeit ist natürlich ein weiterer Vorteil. Hierbei ist die Datenstruktur des Orbis MES so gewählt, dass zu jeder Zeit eine effiziente bidirektionale Kommunikation stattfinden kann. Durch diese hochautomatisierten Schnittstellen garantieren wir eine autark laufende Fabrik bei einer wartungsfreien Prozessintegration. Der Orbis Planungsansatz ermöglicht eine rückstandsfreie Planung jedes Fertigungsbereichs und erhöht damit die Transparenz in der Auftrags- und Terminstruktur nachhaltig. So können Aufträge unter Berücksichtigung erforderlicher und vorhandener Ressourcen geplant werden. Durch die Überwachung der Liefertermine warnt das System frühzeitig, bei einem bevorstehenden Terminverzug. Neben standardisierten können auch kundenindividuelle Planungsregeln integriert werden. Orbis berät Kunden ebenso im Umfeld der optimierten Produktionsplanung PPDS sowie bei der Einführung weiterer Tools zur Absatz- und Bedarfsplanung wie SAP Integrated Business Planning IBP und Theory of Constraints TOC. Darüber hinaus ermöglicht Orbis MES eine vereinfachte und aufwandsreduzierte Personalzeiterfassung. Die Lösung ist vollständig in SAP HCM integriert und bietet eine einfache, intuitive Handhabung und übersichtliche Oberflächen. Im Bereich der Betriebsdatenerfassung ermöglicht Orbis MES eine Echtzeitsicht auf die Betriebsdaten und die Steuerung aller Produktionsprozesse. Die dadurch entstehende vollständige Transparenz der Produktionsprozesse stellt die Basis für permanente Optimierungen und eine objektive Kostenkontrolle dar. Mithilfe von BDE können alle Produktionsprozesse digital erfasst werden, intuitiv, geführt und benutzerfreundlich auf allen gängigen Endgeräten. Eine integrierte Maschinendatenerfassung ersetzt das manuelle Erfassen von Daten. Maschinen erhalten vollautomatisiert und unmittelbar Daten von SAP oder geben sie an SAP zurück. Durch die gewonnenen Daten und deren Aufbereitung in nutzerfreundlichen Dashboards entsteht eine vollständige Visualisierung der Maschinen- und Anlagenzustände als Grundlage einer transparenten und effizienten Fertigung. Mehr Effizienz und Kostenreduzierung in der Fabrik Orbis MES ist die Voraussetzung für ein optimiertes Stillstands- und Störungsmanagement sowie eine optimierte vorbeugende Instandhaltung. Falls gewünscht, können beispielsweise Benachrichtigungen an zuständige Mitarbeiter für eine präventive Wartung gesendet werden. Darüber hinaus können weitere Eskalationsstufen definiert und eingestellt werden. Bei einem unerwarteten Stillstand ist das Orbis MES fähig, automatisiert einen Instandhaltungsauftrag zu erzeugen, über den Ressourcen geplant und angefordert werden können. Dadurch ist eine Gesamtsicht über Instandhaltungs- und Qualitätsprozesse hinweg möglich und Schwachstellen können schneller erkannt werden. Maschinendaten, Mess- und Prüfergebnisse können ausgewertet und zur Vermeidung zukünftiger Stillstände genutzt werden. Orbis MES bietet eine vollständige Integration in das SAP Qualitätsmanagement. Möglich ist sowohl eine aktive Bearbeitung als auch die Durchführung von qualitativen und quantitativen Prüfprozessen innerhalb der Produktion im Sinne einer fertigungsbegleitenden Prüfung. Dies schließt die Anbindung von Prüfmitteln und Prüfdokumenten sowie die Verwertung von Prüfungen innerhalb eines Verwendungsentscheids mit ein. Mit den flexiblen und intuitiven Benutzeroberflächen von Orbis MES kann eine Visualisierung sämtlicher Prozessschritte einfach umgesetzt werden. So können beispielsweise Informationen über Produktionsfortschritt, Qualität oder auch Maschinenzustände inklusive SCADA-Daten auch über große Bildschirmanzeigen visualisiert werden. Diese Informationen sind auf allen gängigen Endgeräten stationär oder mobil, standortunabhängig, übersichtlich und in Echtzeit verfügbar. Vom einzelnen Arbeitsplatz bis zur gesamten Produktion. Mit Orbis MES ist die Produktion immer im Blick. Alle benötigten Informationen werden übersichtlich und in Echtzeit dargestellt, wie zum Beispiel der Status von Anlagen und Aufträgen, OEE-Daten, Qualitäts- und Leistungsraten und eine Vielzahl weiterer KPIs. Orbis – Ihr Partner für den digitalen Wandel